Hallo liebe Abgefahrnutzer, wir sind hier in Badly Drawn Movies, einer neuen App aus den USA, in der man Filmtitel erraten muss, die vom Computer auf dem Bildschirm gezeichnet werden. Das Ganze ist nicht so einfach, denn es sind englische Filmtitel, aber zusammen mit den Hints und ein bisschen Filmwissen ist die ganze Geschichte auf jeden Fall machbar. Wir haben uns hier das erste Kapitel schon mal ein bisschen angespielt. Insgesamt gibt es da deren zwölf. Und wir öffnen einfach mal hier die ganze Geschichte. Das haben wir uns jetzt noch nicht angeguckt. Ich komme auch ehrlich gesagt nicht drauf, was das für ein Film ist. Forrest Gump vielleicht? Forrest Gump. Doch, doch, das könnte sein. Der sitzt ja immer auf so eine Bank. Ja, Forrest Gump. Geben wir es mal ein. Fehlt U. Oh, aber er hat es trotzdem richtig erkannt. Das finde ich also fair, wenn man einen kleinen Tippfehler drin hat. Wird es nicht erkannt, aber wenn irgendwie The oder irgendwas vor oder vor fehlt, dann macht das nichts aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht die alten Filme... Ach doch, da können wir mal gucken, was wir alles schon erraten haben. Also viele Sachen kennt man. Zum Beispiel hier King Kong, der weiße Hai. Da ist dann die Schwierigkeit, dass der einen anderen Titel hat im Englischen, den ich jetzt leider schon wieder vergessen habe. Mission Impossible kennt man auf jeden Fall auch. Independence Day. Dann hier so ein Hitchcock-Klassiker, wo mir auch wieder der Name entfallen ist. Matrix und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Film. Und... Oh. Ja, jetzt wird es kompliziert. Ich habe so ungefähr gar keine Ahnung. Ne, da muss ich auch passen. Man kann sich jetzt Hints anzeigen lassen, hier oben. Da verbraucht man so kleine Fische, von denen man am Anfang auf jeden Fall genug hat. Man könnte jetzt sagen, hey, get a hint. Octavia Spencer won an Oscar for a role in this movie. Okay, jetzt kommt man sich dazu mit Google behelfen. Das machen wir aber an dieser Stelle mal nicht. Und ich würde sagen, wir lassen das mal aus. Und schauen uns das nächste an. Ja, das kennt man. Ja, das wüsste ich auch. Das kennt man. Wir tippen das mal ein. Ja, englische Tastatur. Kein großes Problem. Dancing. Das ist wohl... Ist das nicht Dirty Dancing? Versuch mal Reese oder sowas, keine Ahnung. Hallo, ist Dirty Dancing. Er hätte ich jetzt aber auch vermutet. Ja, gut. Jetzt sind wir aber... Jetzt sind wir... Wir haben uns hier weit auf den Fenster gelehnt. Okay, also eine Hint verbraucht drei Fische. 1939, acht Oscars. 1939, ein bisschen länger her, ne? Da war ich nicht dabei. Dirty Dancing ist nicht ganz so alt, glaube ich. Das ist aber auch vor unserer Zeit. Das heißt, wir können das gar nicht wissen. Die Lösung anzeigen lassen kann man nicht? Die kann man auch. Das geht wahrscheinlich dann jetzt. Kostet aber auch zwölf Fische. Aber machen wir einfach mal, weil man lernt ja nie aus. Und das ist... Gone with the Wind. Achso, vom Winde verwehen. Ja, auf Deutsch heißt das wahrscheinlich anders. Vom Winde verweht. Aber ich wäre nicht drauf gekommen. Aber wie gesagt, vor der Zeit war... Wind erwartet oder Wolken. Echte Filmfans hätten das auf jeden Fall geschafft. Aha. Also in der einen Sekunden, was machen die Länder? Ja, das ist die nächste Frage. Sitzt ihr da auf so einem... Ah, ich glaube nicht, Lügendetektor-Test irgendwas? Oder so. Oder so. Aber welcher Film das sein soll? Am Anfang war es einfacher. Also Mission Impossible habe ich sofort erkannt. Ja. Weiß da auch. Okay, wir machen mal weiter. Vielleicht kommt da noch was. Was wir auch wissen. Ja, wie ein Hannibal Lecter oder... Aber welcher Teil oder so? Würde ich jetzt mal einfach vermuten. Soll ich mal Hannibal einfach eingeben? Hannibal Lecter, ja? Ja. Sieht sehr danach aus. Oder mit Ohren oder so. Dass ich den geschrieben hätte. Auch nicht. Oder Thor oder irgendwas. Bei Thor haben die auch so einen... Nein. Wenn ihr wisst, wie dieser Film heißt, schreibt in die Kommentare. Dann können wir ein bisschen weiter spielen. Wie gesagt, für Filmfans, die sich auch ein bisschen mit englischen Filmtiteln auskennen oder sich nicht davor scheuen, immer so ein bisschen mit Google, ein bisschen nachzuhelfen, haben die auf jeden Fall sehr, sehr viel Rätselspaß. Die App ist wirklich super aufgemacht. Auf dem iPhone oder auf dem iPad. Kostet nur 89 Cent. Und wie gesagt, für Filmfans auf jeden Fall ein Blick wert. Für die Leute, die nicht so viele Filme gucken und auch die englischen Titel vielleicht nicht kennen, eher nicht. Aber sonst auf jeden Fall eine Empfehlung.